Zahnfeld aktiviert Im P-Fahrer Ich hoffe der kommt nicht her Was ist ich jetzt runter oder oben da? Ich habe keinen Kontakt Alles weg Shit 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 Ich werde auch echt nichts ohne Ui das war gut So Ausgezeichnet Und jetzt so schnell wie möglich raus da Cell hat das ganze bestimmt mitgekriegt Und ist unterwegs um es zu untersuchen Ich verlasse die Tafo Station Ich verlasse die Tafo Station Hier ist alles sicher Shit Ich konnte nie das sehen Ich konnte nie das sehen Ich meine Wieso ist die Tür zu? Nanovision aktiviert Scheiss Nanovision aktiviert Na da ist die Tür Ja jetzt weiß ich es Oh 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 Was ich hier eigentlich nicht sehe Ist ja Komplette Dunkel Life Manovisionen aktiviert Ja Was ist denn Was ist denn So, jetzt ein bisschen komisch aus, der Typ. So. 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 Aber jetzt muss ich es. Keine Sorge, ich finde schon den nächtigen Eingang. Oh, das geht so schnell. Das Pörtnerhaus. Ah, das ist jetzt da hinten. Okay. Stealth. Die werden nicht mal wissen, dass ich hier bin. Wobei sie wissen das schon, scheiße. Die werden nicht mal sehen. Den drehen. Haha. Das dürfte interessant werden. Wieso? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Oh. Scheiße. Links. Links. Zerstören Sie es und nehmen Sie die Kanäle zum Fluss. Ich entriegele die Wartungstür und übermittle Ihnen Lockhards Position. Los. Los jetzt. Wo ist was? Wo ist was? Oh. Was? Ich gehöte mir hier. Wie! Ich hab von der K Schmerung. Ich komm von der hoch. Ich sagte, Sie sind ihm nicht gewachsen. Ihr kleines Machenspiel ist vorbei. Sie sind der nächste alter Mann. Wenn ich mit dem Arsch im Anzug fertig bin, sind Sie fertig. Nichts mit uns sagen. Ich will Ihnen das sehle, her und raus. Bessere Männer als Sie haben das versucht. Ich werde das nicht mehr so schnell gehen. Ich werde das nicht mehr so schnell gehen. So, nein. Okay, was? Heidekirchen-Scheiße. Aber was für ein Mann. Die töten sich ja selbst. Wofür Verkäufe bezahlen? Verdeißen Sie! Vorwärts! Vorwärts! Ach, wieso nicht? Ich bin fast bei uns, die Dosen. Aber jetzt ist es vorbei. Der ist nur ein verdammter Mann! Scheiße, jetzt habe ich keine Dinge mehr. Scheiße! Geh! Ich hab' hier einen Hut! Ich hab' hier einen Hut! Ach! Wird nur ein kleines Problem. Oh, doch eine richtige Knalle. Oh, gut, haben wir jetzt ja. Ja. Oh, das war's für dich. Oh, das war's für dich. Mach's gut, Bastards. Oh, hey, ein Gauss. Ho, ha. Oh, ha. Und jetzt bringen wir sie rein. Ich öffne jetzt den Eingang zum Prism. Ich will die Gauss noch ein bisschen einsetzen. Sonst sehe ich niemanden. So, nehmen wir das Teil mit. So, das kann mich niemanden aufhalten. Ach du nicht. Ich bitte dich, du. Oh, das war's für dich. Gut, die Knalle ist langsame, weg damit. Oh, jetzt hab ich immer noch die. Oh, die Gauss bekommt das nicht, schade. Oh, das war's für dich. Das war's für dich. Gut, da. Oh. Ich bin immer so überrascht. Fuck, MP! So ist's gut. Perfekt. Danke, Strickland. Vorbildlich. Checken Sie ihn durch. Oh nein. Wir müssen ihn so bald wie möglich vorbereiten. Die Zeit ist massiv gegen uns. Oh man, ich werde ihn immer verarscht.